Jetzt wird er im Schiff sein. Woher weißt du das? Die Blasen. Welche Blasen? Na, die Luftblasen. Sie sind verschwunden. Sie sammeln sich jetzt im Boot. Oh ja, natürlich, natürlich. Was ist da los? Keine Ahnung. Alles in Ordnung. Was ist das normal? Halt ihn auf. Er sitzt fest. Scheiße. Holt ihn an Bord. Schnell. Zu spät er lebt nicht mehr. Holt ihn endlich an Bord, Mann. Da, da schwimmt er. Da schwimmt er. Da, die Luftblasen. Das ist er. Den Luftblasen nach, das ist er. Hallo, 302, bitte komm. Der Luftblasen nach, das ist er.